Die anthroposophische Medizin integriert konventionelle und komplementäre Heilmethoden seit 100 Jahren erfolgreich in Forschung, Klinik und Praxis. Heute wird sie in allen medizinischen Bereichen weltweit angewandt. Eine nachweislich wirksame Heilkunst, die jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit als körperliches, aber auch als seelisches und geistiges Wesen wahrnimmt und entsprechend behandelt, so wie es sich viele Menschen von der Medizin wünschen. Anthroposophische Medizin ist Entwicklungsmedizin für mich. Es ist eigentlich die Liebe zum Menschen. Diese Einheit von Körper, Geist und Seele, für mich ist das sozusagen das Kernelement. Und heute kann ich wirklich sein, ich merke die Behandlung. Das ist so eine kleine Kugel. Also da nimmt ihr meine Brandessenz. Sieben Folgen porträtieren integrative anthroposophische Medizin als moderne und zukunftsfähige Medizin für das 21. Jahrhundert. Von ihren Ursprüngen in der Schweiz bis zur neuesten Intensivmedizin, von der Kunsttherapie bis zur integrativen Onkologie. Anthroposophische Medizin ist vielfältig und verliert dabei nie aus dem Blick, um was es eigentlich geht. Uns Menschen. Musik Vielen Dank.